Wir gehen weiter mit dem Radau auf Panao. Wie schaut's aus? Geh blöd da rum. Nehmen wir gleich wieder die Karre da. So, wir düsen jetzt. Eine Gruppe ist so, oder? Die war gleich da rum. Weit ich weit. Wie geht's? Prob kassiert. Der Martin ist da oben. Was weint? 500 Meter. Geht ja. Aber wir müssen um den Bergrand um. Der Martin ist da oben, geht es nicht schneller. Oh Scheiße! Ich glaub, der wird noch richtig mit mir gefunden. Guck, geh. Komm, wie viel kommt? Weck, ihr Bröll. Hätten wir noch mit rutschen. Womit, Fahrrad. Du musst anbauen, geh. Weiter. Wir haben Kampfhandlung in diesem Sektor. Wir haben Kampfhandlung in diesem Sektor. Stopp, Gas geben. Entschuldigung, wir sind rüber. Jetzt kommen wir. Es bleibt. Es bleibt die Bulle doch. Hier kommt die Kammellerie. Wir haben ihn vertreten. Wir sind da. Wir sind da. Attacke! Attacke? Oh, oh. Du musst es ja. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 8. Hey, der drinnen drum. Okay, wo ist schon ein Auto? Los, los, los! Ist doch gemütlich. Die Dame, die Herren. Der Wasserturm. Soll ich abreißen, oder? Warte mal. Die haben bestimmt Kisten, oder? Mal wetten. Ja, zeigt mir eure Kisten. Wow, die Verstärkung ist da! Sammeln! Oh, ne? Ein Problem, oder was? Mir wisst. Geben nix so. Gute roter Kisten. Ah! Ich zeig den Vorsenteilen. Was ist denn, warum seine... ...Polmenplantage? Zeig dir du was? Ich seh da nix mehr. Hier Hütte im Haus, auch nicht, oder? Warte, was ist denn oben? Der Kutsch. Wir haben hier Feindaktivität. Schickt alle verfügbaren Einheiten. Beide Aktivitäten kann ich sein. Bum, ich link mich aus. Auf die Roaches wartet eine tödliche Überraschung. Ein Zeuge wird gegen den Neffen dieses Schwätzers Razak aussagen. Sie sollen mir diesen Zeugen bringen. Damit habe ich ein Druckmittel gegen die Roaches. Damit zwinge ich sie in die Knie. Um ihn zu finden, müssen sie zu der Radarstation in der Nähe und seinen Aufenthaltsort von deren GPS auf ihren PDA runterladen. Manchmal muss man die Technik einfach lieben, Genosse. Genossen. Over and out. So, wo ist wieder später gekommen? Maschinenpistoy, ja gut. Erreichen Sie die Radarstation. Und die befindet sich? Da drüben irgendwo. Was sagst du denn? Moped fahren? Einsteigen! Wo sollst du einsteigen? Das ist aber der Reisebus. Hey, Lupe Mira. Kumpel, aussteigen. Ich bin der neue Reiseführer. Der wird der Reiseführer von Grand Panau. Willst du sehen? Nein! 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 Meine Ölkleinern späten eine Küste. Irgendwo. Nein! 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 Nein, das funktioniert nicht. Nein, die sind die D jakim Timorusto zu können. Feindwerkzeug zu arbeiten! Was ist Timor viu? Ich ver dedans! Du bist eine Stephadenammlung. Oh Scheiße, da geht sich wohl gut los! Auf der Unterbahn! Der Reiseführer ist gut! Dort rum? Oh Gott, ich hab mich durch! Geht jetzt mit mir ab! Brunnen, fett holten! Mit kein Ramm und der Racho! Da springe ich um mich, mit dem Reisebus! Moment! Gute Pinkelpause! Bisschen ist Spende, ich habe Hunger! Ich habe Hunger! Und ich betel da! Da ist aber ganz schlecht! Ein Vortragteil! Ein Waffenteil wird mir lieber! Die Damen und Herren! Und weiter geht's! Mit den Spenden reisen wir zur Radarstation! Boah, meine neue Megaverkehr, das ist ein bisschen schwerer! Ja, Trouble! Okay, Vorrücken! Wir hören ihn! Und der Linger! Die Minge von den Reiseführern! Und schon raus! Ich muss in der Kräder weglaufen, aber der tat ich schwer, oh Gott, aber jetzt bin ich fertig ausgesucht. Und? Geht nur, oder? Im Schritttempo. Wer bedarf, zu meiner Linken gib mir dann eine Biegung, dann griffst du mich. Oh Gott. So geht der da weiter weg auf. Der Luxusliner, gib alles. Du bist schon raus, blick da was. Ja gut, die gute Frau wird dich schon gedulden können, oder? Geil. Einen Sniper. Brauche ich einen Sniper? Einen guter. Mein Reisebus, wo bist du denn? Wo ist er? Mit unten? Neu in der Mitte. Wobei, die hier sind noch. Kein Problem haben mit mir. Nehmen wir gleich. Wir haben hier was. Schick Verstärkung. Maul, schau mir doch. Du brauchst die feindlichen Linien. Mit dem Bus natürlich. Und wer wohnert. Glauben, ich hab den großen Rampazampa. Hallöchen. Es wird der Feind ist hoch. Schick Verstärkung. Genosse, gehen Sie ins Hauptgebäude und suchen Sie den GPS-Kontrollraum. Dort müssen Sie die Koordinaten runterladen können. Die Koordinaten? Was? Was ist das? Was ist das? Ich höre nicht. Beleid, ich habe die Granaten wie 14. Amit. Guck guck! Das ist ja ein Kugelsiegerer zauern. Das ist ja ein Kugelsiegerer. Das ist ja ein Kugelsiegerer, das ist ja ein Kugelsiegerer. Das ist ja ein Kugelsiegerer, das ist ja ein Kugelsiegerer. Das ist ja ein Kugelsiegerer, das ist ja ein Kugelsiegerer. 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 Das ist ja ein Kugelsieger. Das ist ja ein Kugelsieger, das ist ja ein Rider reverberat. Das ist ja jeder Mkannten. Ich brauch Deckung, ich geh! Warte ist? Nein! Herr Offizier! Wo bist denn du? Und, lebt ihr die Vodovus? Hab ich doch gesagt! Heben Sie die Keycard auf! Also, ich bin. Wir schufen uns hier. Attacke! Schließen Sie den Kontrollraum auf und laden Sie die Koordinaten auf Ihren PDA unter. Komm, ich hab jetzt! Hey, hey! Für uns! Mehr Ball am Männer? Nein! Bei der Munition, die ich brauch. Erledigt! Und zungert! Das war's! Ausgezeichnet! Jetzt haben wir seine Koordinaten! Der Zeuge ist unterwegs! Ich schicke einen Helikopter, der Sie abholt! Gehen Sie noch nicht weg! Wo ist denn hin? Gehen Sie noch nicht weg! Wo ist denn hin? Haken Sie sich am Helikopter ein, Genosse! Er bringt Sie zum Konvoi des Zeugen! Ohne! Auf jetzt! Haben Sie Kontakt! Er bitte verschippt! Hey! Das hier ist die Luftwaffe der Reapers! Festhalten! Wir müssen hier weg! Hey, Respekt! War gut, der Service! Ja! Wir haben hier einen Einträglich! Er muss auf die Entfernung hören! Herr Sommerchefin! Was ist denn mit der Mission, oder was? Oh, da kriegen wir ein bisschen Aufschluck! Genosse! Der Zeuge wird ziemlich schwer bewacht! Sie müssen das Fahrzeug mit dem Zeugen entführen! Ohne, dass Sie oder er dabei getötet werden! Ja, gut! Alles wie wir übergehen! Ich bleib an dem Konvoi dran wie der Gestank an der Scheiße, Scorpio! Also! Festhalten! Und laden Sie sie ins Jenseits! Ey, Zeuge! Deine Wierer kommt! Mehr Feinde in unserem Sektor! Alle Einheiten! Vorrücken! Ja! Hoppe! Ausstecken! Der Brügel ist ein bisschen leer! Oh, das ist wirklich so! Oh, scheiße! Das sind schon viele Meter! Der Brügel ist hier! Mein Herz klopft vielleicht! Sie sind geschickt von den Roaches! Hören Sie! Ich würde nie reden! Sie kennen mich doch! Ich hab für die Schweine von der Regierung den Idioten nur gespielt! Ganz ehrlich! Bumm! Kette gehen! Ich wollte kämen! Die sind wohl in Wien los! Ah, der Weg, ja! Wo sagst du denn? Der Depp hat im Hoppett! Kurz und lang! Die Reapers! Die Reapers! Wie viele sind die Regierung? Das ist ganz wunderbar, mein allerliebster Genosse. Ich habe immer an Sie geglaubt! Und keine Sorge wegen des Zeugs! Ich bereite ihm ein Willkommen, dass er nie mehr vergisst! Jawohl! Ein Sieger von der Linie! Gustav! Da hab ich was? Nein. Da drückt leicht. Und jetzt hofft er das Chaos. Bist du nicht so nass? Wie du drum? Mist, das ist nicht ein Chauffeur. Ich kann nicht mehr. 2,10 Kilometer. Mein Boot kommt weg rundum.